Pass auf, folgender Punkt. Der Mensch ist nicht perfekt, aber ist natürlich klar, dass ich der klügste Typ auf Erden bin und alles weiß. Ich habe besondere Interessen, einen viel zu großen Wasserkopf-Designer-Baby. Hast du Wahlversprechen abgegeben? Ja klar. Welche? Also sind vor allem viele konkrete Dinge, der gläserne Bürger und so weiter, da werde ich mich auch für einsetzen und da werde ich auch nicht Ruhe geben. Es ist immer so die Frage, inwieweit kann man dann sozusagen Verbote und Rechtspolitik dann auch umgehen. Also es gibt einen vollen und tollen Rechtsstaat, den wir haben. Das ist nachweislich falsch. Gehört der Islam zu Deutschland? Nein. Was? Ja, gehört halt einfach so dazu und das wünschen sich auch viele Afghanen. Drogen? Ja. Ja, Cannabis und Marihuana. Vielleicht ist es nicht schlecht, mal irgendwie ein Glas rumzutrinken am Abend. Ich brauche das aber jetzt jeden Morgen und jeden Abend. Und gut. Cannabis gehört in vielen Teilen auch dazu. Ich habe auch genug. Nur das Problem ist ja, wir wissen ja nicht, wenn man sich was holt, ob das jetzt gutes Zeug ist. Gefällt mir das gut, wie das da läuft? Sicherlich nicht. Da geht es wirklich mal um den Dachdecker mit Ende 50. Der ist doch verrückt, dass der arbeitet. Ich liege lieber auf der Couch. Ehrlich, aber ja, große Überraschung. Wir müssen dann gucken, dass diejenigen, die nicht mehr integrierbar sind in den Arbeitsmarkt, dass wir denen ehrlich sagen, okay, für euch finden wir jetzt eine Lösung. Da bauen die eine Moschee und da predigen die alle zusammen auf Deutsch. Das ist doch eine super Sache. Das ist was Urchristliches. Warst du auch ein verhaltensauffälliger Schüler? Naja, puh. Ich habe ganz viele Sachen gemacht. Taschendiebstahl im Supermarkt, lustig. Ich habe meine Handynummer plakatiert auf tausend Plakaten. Die Handynummer geht auch heute noch. Ja, das klingelt ja auch öfter. Da gibt es auch öfter SMS. Das Kernanliegen beispielsweise vom IS und von anderen ist, die Russen von den Dardanellen fernzuhalten. Und es ist auch jeder deutsche Soldat, davon ist jeder einer zu viel.